Wie ist Ihr Name, wenn ich fragen darf? Rudi. Rudi. Ah ja, Herr Rudi. Rudi, verhüten Sie. Ach, Sie haben ganz oft gehört. Ach so, nein. Entschuldigen Sie, Rudi. Ich wollte nicht indisputiert sein. Nicht, nein. Ich hätte es eigentlich sehen sollen. Nicht, nein. Ich notiere mir das mal. Natürlich, die Ehefrau ist auch froh, kann sich mal wieder durchschlafen. Irgendwann muss das Getüdel unter der Bettdecke aufhören. Haben Sie vollkommen recht, Rudi? Ich mache hier mal ein Vermerkzeugungsunwillig.